Herr Grüßtich, sauber, jetzt sind wir am Baumschutzengelpfad. Ich muss dir jetzt gleich was zeigen. Es gibt einfach Wunder. Schau dir diesen Baum an. Der ist nur am Felsen gewachsen. Nur am Felsen? Ja, da schau hin. Siehst du, hier Felsen, hier. Da auch passt kein Hummus. Und ist grün. Schau ihn an. Tom, ist nicht krank. Wie gibt es das? Ich verstehe das nicht mehr. Nein, Tom, nicht krank. Umlebt, ist gesund. Und jetzt habe ich diese Figur aus Angedenken hergemacht. Mit einem schönen Rehl. Und einen neuen Impuls haben wir gemacht. Super. Es ist Segen vom Berg begleitet auf dem Weg in die Teller.